Guten Tag, bitte flieger jetzt nicht alle raus. Na, ich will jetzt nicht reinfallen, ich will nicht reinfallen, ich will nicht reinfallen. Böse ist gut, du hast Schutz. Du meinst die Wagen stechen? Nein, stecken nicht. Warum nicht? Wir haben uns was zu verteidigen müssen. Ach so. Warum sollten Sie jetzt auch die Idee müssen? Ja. 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 Das ist dämlich. Ja. 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 Okay, ich glaube das reicht an Filmdokumentation. Du meinst, dass sie sozusagen die Mädel so ein bisschen in Ruhe lassen? Ja. Damit sie sich schminken können? Ja, das auch. Ah. Das ist wie dieses, das ist wie so ein, ähm, kennst du diese Spiele wo man die Kugel ins Ziel bringen muss? Mhm. Ja. Das ist das nur mit Bielen. Du kannst mir das Video nachher mal überstellen, dann kann ich das bei mir auf dem YouTube gleich packen. Im Kanal. Tja, es tut mir leid, du Mädels, geht nicht anders. Ein paar sind weggeflogen, die sind gleich verloren, ne? Ja, also die bleiben in der Nähe. Ach so, okay. Ja. Ich glaube selbst wenn nicht, mein Gott. Das sind genug. Ja. 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 Es gibt immer irgendeinen, der nochmal extra Eindabe braucht, der ist gut. Ja. 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 Okay. Sieht gut aus. Das war es. Hier sind noch ein paar eingeklemmte. Die sind aber tot. Ja, die sind tot? Die sind tot. Okay. Ja. Ja. So ein bisschen.